Let it, 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 bang, bang. Ich würde mich wirklich ehrlich über einen schönen Aal freuen, weil ich jetzt schon längere Zeit keinen schönen Aal hatte, aber auch mal, wenn ich so richtig überlege, hechtechnisch ging ja auch noch nicht so viel dieses Jahr, wäre auch ein schöner Hecht, nicht schlecht. Aber es ist ab, wa? Warte, soll ich dir helfen? Hast du die Stippe ins Wasser gefallen? Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Gut. Gut. Oh. Oh, ja. Nee. Ja, wie ein Barsch hat er schon gekocht. Ja, besserer Fisch. Besserer Fisch. Kennst du mal? Das ist ein besserer Fisch. Das ist richtig gut. Das kann eigentlich nur ein Aal sein. Sauber. Ja, du merkst schon an den Pappeln. Oder ein Schleife. Welt, Welt, Welt. Welt. Tatsache. Ein Waller. Ist das ein Albino Waller? Ist das wirklich ein Albino Waller? Ich hab noch nie live gesehen. Ja, sehr hell. Die sind ganz selten. Echt? Das sieht aus wie ein Albino. Noch nie live gesehen. Warte, warte. Alter, was ein Albino? Hab ich noch nie live gesehen. Ganz, ganz selten sowas. Echt? Ja. Ey, wah. Echt, ja. Die haben eine Pigmentstörung und eigentlich sind die, ja, die überleben nicht lange, weil sie natürlich leichtere Beute draussen. Kannst du nicht, aber ich hab ausgehakt. Das ist wirklich ein sehr seltener Fisch. Ein Albino Waller. Was siehst du? Der ist komplett hell. Ja. Die sind normalerweise schwarz. Das hab ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja. Ja, der wäre nicht ausgestiehlt. Hast du ausgehakt? Echt ein schöner Albino. Das hast du ja noch gar nicht gesehen. Ich hab in der Elbe schon mal welche gefangen. Echt, ja. 50, 60, 55. 58, ja. Ein 58er Welt. Das ist alles los, alles cardi. Vielen Dank. Ich bin der Elbe einfach. Ich bin der Elbe einfach. Ich bin der Elbe einfach. ... das war ein Agnes oder so.